Da hänge ich leider ein bisschen fest. Und ich wusste auch nicht, dass ich gleich so reingeworfen werde. So, jetzt können wir... Ich renne einfach mal. Ich renne einfach mal weiter. Alter. Du blöde Sau. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp gewesen. Alter, hör auf mir, da Flasche nach mir zu werfen. Was ist denn los mit dir? Huch. Okay. Sehr schön. Geschafft. Sehr nice. Wir sind so gut. Aber die sind schon ein hübsches Pärchen. Muss ich auf jeden Fall einfach mal so sagen. Das ist auf jeden Fall ein hübsches Pärchen. Gut. Wo sind wir jetzt schon wieder? Wir sind jetzt... Was ist das? Achso, das ist die Kette da hinten. So, ich wollte eigentlich erstmal hier eventuell zurück. Können wir nicht. Okay. So, ich hoffe, wir bleiben hier ganz entspannt drauf. Sieht ja... Wo sind wir hier nur? Gott, ist das hell. Der Ausgang? Tageslicht? Sind das Möwen, die da schreien? Ich weiß es nicht. Ja. So macht eine Möwe. Ja, Mann. Das machen Möwen. Sehr gut. So, einmal oben drin. Was zur Hölle? Ich sehe gar nichts. Wir sind auf... Wir sind auf dem Schiff. Ja gut, das konnte man sich schon fast denken. Aber trotzdem bin ich schockiert. Und was ist das da oben? Warum... Was ist das... Warum laufen da oben Leute lang? Das ist unsere Gegner. Ist das ein Sklavenschiff? Das ist ein Sklavenschiff. Ist das die Gorch Fock? Mich kennen keine weiteren Schiffe. Also da... Was ist das hier für... Ich sehe... Ich sehe uns kaum noch. Ach da... Was ist das für ein komisches... Schiff gedingen sie hier oder... Keine Ahnung. Die kommen vom Schiff auf ein anderes Schiff. Auf ein größeres Schiff oder so. Keine Ahnung. Aber was auch immer das für komische... Dicke Leute sind. Sind das vielleicht Kunden? Weißt du? Die... Die diese Kinder fressen oder so. Oder haben wollen. Dass es einfach nur diese ekligen... Fetten... Fettleibigen Menschen sind. Die sich daran aufgeilen... An Kinder essen oder so. Ich meine die sehen jetzt schon alle ziemlich... Monströs aus. Monströs und fett. Ist das hier alles nur irgendein... Irgendein Paradies für fette, reiche Leute? Aber Kinder essen... Ist das nicht ein bisschen... Gut, vielleicht sind wir ja überhaupt gar keine... Vielleicht sind es auch gar keine Menschen oder so. Ich... Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir doch vorstellen, dass es keine Menschen sind. Aber... Hab alle Butsche gemacht. So, das weiß ich zum Glück noch. Ich bin so gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Da unten sind immer noch diese fetten... Menschen. Auf die man eigentlich mal fallen könnte, oder? Okay, schade. Ich dachte, wir landen denen auf dem Kopf oder so. Aber naja, wir fallen nur runter. Manu. Ich dachte, wir landen denen auf dem Kopf. Das wäre natürlich viel cooler gewesen, aber... Naja, was... Was willst du machen, ne? Das Gute ist, wir haben lange keinen Hunger mehr gehabt. Also, ergo, wir müssen keine Ratten fressen. Und sie vergnügen sich da unten. Okay, ich mach mal nicht die Kamera nach unten drehen. Ich konzentriere mich jetzt mal da drauf, hier oben auf dem Rohr zu bleiben. Boah. Sieht eigentlich aus wie die... Wie die ganzen Verwandten der... 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 So sehen die aus. Stört das die? Oh, da oben ist noch jemand? Ja... Der... Der... Da oben guckt jemand. Und eine, die nicht fett ist. Oder sollen das neue Rekruten sein oder so? Mich interessiert, wer das da oben ist. Alter, vielleicht ist das ja auch die AIDA. Das kann ja natürlich auch sein. Das ist einfach das AIDA-Kreuzfahrtschiff. Und das ist hier eine ganz besondere, naja, Erlebnisreise für die. Erlebnisreise mit Kinder essen oder so, keine Ahnung. Wir haben lange keine Kerzen oder so mehr gefunden, ne? Oder, 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 oder Knuddeltypen. Aber vielleicht laufen die hier ja auch gar nicht mehr rum. Kann ja natürlich auch sein. Wo sind hier wieder die Köchen? Was bewegt sich dahinter? Fressen die da? Das hier. Da fressen die. Bäh. 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 Ekelhaft. Mit seinen kleinen Stummelfüßen. Wir können ihm leider nicht die Schuhe ausziehen. Ich weiß nicht, warum ich das will. Bäh. 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 Alter, voll die fetten Schweine, ey. Oh Gott, ich will, dass er mich erwischt. Oh, der frisst uns. Ich hab's befürchtet. Ich wollte einfach, dass der uns erwischt. Ich wusste, dass der uns frisst. Oh, eklig. Oh, ist das... Ist das hier gerade echt eklig, Alter? Ja, komm, lass mich durch. Ja, komm, lass mich durch. Danke. Ah, hau ab, Alter. Ah. Kannst nicht mal mehr laufen, ey. Du bist einfach nur so eine fette Seerobbe. Das hat Zeit gekostet. Macht aber nix. Okay, wir müssen, glaube ich, auf den Tisch. Ich glaube, wir müssen über die Fette laufen, oder? Ah, ist das... Alter, das ist echt ekelhaft hier. Ja. Na, komm. Na, komm, Schwabbel, Alter. Oh, meine Fresse, da. Alter, ist das eklig. Oh, ist das geil eklig, ey. Ich weiß nicht, warum. Okay, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir das ja auch gar nicht so machen. Alter, die Eide ist... Die ist auf jeden Fall im Porno groß geworden, so wie die Würstchen in den Mund schiebt. Hey, ein Knuddler. Okay, da unten kommen wir wieder weiter. Oh, wir müssen es erst wegschieben. Okay. Ah ja, deswegen mag ich keine Kreuzfahrtschiffe mit der Aida oder sowas, weißt du? Da ist es dann immer so... Liebhaben! Oh, mein bester Freund. Ich habe Dinge gesehen. Und eine Kerze anzünden für dich. Bitte sehr. So süß, dass sie das nachmachen. Leider. Sieht das nicht so aus, als ob wir hier landen müssen. Ähm, 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 ähm. Ähm, okay. Okay, ich weiß gerade nicht so ganz wo lang. Wir gehen einfach mal hoch. Ich weiß nicht, ob das... Äh. Äh. Nein! Äh, äh, die Fette aus dem Porno hat uns erwischt. Die sich die Würstchen reinschiebt. Ja, okay. Da müssen... Ich denke mal, da müssen wir lang. Das sah sehr logisch aus. Da müssen wir nämlich, glaube ich, da hoch. Siehst du? Und wir können nicht einfach hier das Würstchen hochklettern? Ne. Okay, wir dürfen nicht das Würstchen hochklettern. Na gut, wir machen das auf dem üblichen Weg. An dem dicken Nutz vorbei. Ach, ist so eklig, dem beim Essen zuzugucken. Diese, diese, diese Geräusche dazu und alles. Die sind schon ein bisschen eklig. Ja, oh. Ah, fuck. Ah, Mist, den da unten links habe ich nicht gesehen. Äh. Oh. Eklig. Einfach nur eklig. Also das ist, das ist das, was man echt nur sagen kann da hierzu. Okay, wir müssen langsam laufen, glaube ich. Also durch Rennen ist, glaube ich, nicht. Nicht so gut. Ich glaube, durch Rennen ist nicht das, was wir, Mädel, mitspielen. Guck mal, hier machen euch sogar eine Gerze an. Lassen wir die erstmal greifen. Dann rennen wir ganz kurz. Ah, Mann. Okay, die beiden greifen gleichzeitig. Wir müssen gucken. Wir müssen da gucken. Und der soll uns aufhundern, uns in den Mund zu stecken. Ganz ehrlich. Das geht nicht. Das geht nicht, dass der uns frisst. So, jetzt aber. Wir haben eigentlich auch Glück, dass sie so fett sind. Muss man ja mal sagen. Wie sie alle nach uns gieren, ey. Hey, hier. Ah, Blut. Guck mal hier, die greifen gleichzeitig. Ich habe noch ein Würstchen für euch, wenn ihr wollt. Ah, Scheiße, ah. Verdammt. Es ist schwer, immer genau abzuschätzen, wo die Hand hingeht. Denkst du denn, die sind zu fett, um da hinzugreifen? Aber im Endeffekt, ja, grapschen die dich trotzdem, Mann. Aber sind sie doch einfach nur so fett. Warum müssen die so fett sein? Nein. Ah, Mann. Okay, ich versuche jetzt ein bisschen schnell gerade durchzukommen, weil mir das gerade stresst, dass wir hier immer noch sind. Stress gerade, dass wir immer noch hier sind. Deswegen, dass ich da nicht durchkomme. Mann. Ich will hier durch. Ich will hier nicht mehr sein. Das ist eklig. Da will ich die ganzen Flaschen nerven. Okay, der andere... Was? Wie hat er uns denn jetzt erwischt? Oh, Mann. Dieses plötzlich schwunghafte nochmal irgendwo hingreifen, wo man die ganze Zeit sicher war. Ah, ich... 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 Ich flitze da gleich durch und dann müssen wir sehen, dass wir... Er wird halt nicht mehr geguckt, ob wir das gut machen, beziehungsweise wo sie hinfassen und sowas. Er wird nur durchgerannt. Nee, bringt aber auch nichts. Ah, Mann. Oh, ich hasse dieses scheiß Geschicklicher jetzt Ding. Und ich kann mit Controller sowieso nicht so gut zielgenau lenken und dann ist das echt schwer, da jetzt durchzukommen. Dann ist das echt verdammt schwer durchzukommen. Mann, ey. Alter, gegen unseren Kopf, der hat euch auch gesehen. Dieses Blöde... Man sieht, dass die Finger nicht hinkommen, aber plötzlich streckt sich sein Arm oder so. Ah, Mann. Gleich mal Aufnahmepause und machen wir das Offscreen weiter. Will ich auch nicht, dass ihr das jetzt hier 10 Stunden sehen müsst. Das ist ja furchtbar. Das will ich mir ja nicht mal mehr 10 Stunden angucken. Weil das einfach nur eklig ist.